Was kann ich sagen? Bisher noch nicht sehr viel, aber heute machen wir uns auf die Suche nach einem Wasserfall. Es wird ziemlich nass, wir müssen also ganz schön nah an einem Wasserfall sein. Oh, oh, lieber bleibst du von einem Buschfeier. Oh, ein Wasserfall! Ziemlich kleiner. Kommt, ich zeig euch den Großen. Wir laufen jetzt einfach seit einer dreiviertel Stunde und es ist ganz schön nass. Und ich denke, wir haben da vielleicht zwei Stunden vor uns. Also machen wir uns jetzt mal wieder auf den Weg und hoffentlich finden wir am Ende den Wasserfall. Eine riesen Gondel! Das ist die größte Gondel von, I don't know, Cartoon War. Die Blumenaußen, halt ganz australien. Irgendwas mit der größten Gondel habe ich gelesen. Pointete! Eine riesen Gondel! Hat ihr das Schild gesehen? Fünf Minuten zu einem kleinen Wasserfall und fünf, zehn Minuten zu einem großen. Das heißt, dieser hier ist nur der kleine Wasserfall. Wasser kommt von irgendwo aus den Bären hinter mir und geht den ganzen Weg hier runter. Diese kleine Kaskade herunter und den ganzen Weg hier herunter. Den ganzen Weg bis hier und dann hier herunter. Bis ganz hier herunter. Ja. Das ist so kalt, aber so schön. Verdammt schön. Mein erster Wasserfall. Und das soll erst der Kleine sein. Es hat sich ergeben, es gibt einen großen Wasserfall. Und der geht den ganzen Weg hier herunter, bis in dieses Valley. Aber leider komme ich nicht daran heran. Es sei denn, ich würde jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden weiterlaufen. Den ganzen Weg hier bis nach unten. Und das würde ich, glaube ich, nicht tun. Wir waren jetzt ziemlich lange unterwegs und es wird schon fast dunkel. Also wird es jetzt Zeit für uns zu gehen.